Sommer, Sonne, Cabrio-Zeit, in unserem Fall ist Roadster-Zeit und damit herzlich willkommen bei Ubi Tested. Schön, dass ihr reingeklickt habt zu diesem Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute steht ein echter Klassiker vor der Kamera, auch wenn man ihm das auf den ersten Blick gar nicht so ansieht. Der Mazda MX-5 ist seit 1989 erstmals auf den deutschen Markt gekommen, hat dann tatsächlich die Landschaft auch komplett aufgeräumt, mit einem kurzen, kompakten Fahrzeughinterrad angetrieben, extrem fahrdynamisch, leicht und auch einfach richtig bezahlbar. Und da mussten dann schon auch die Premium-Hersteller so ein bisschen schlucken, so wie BMW etwa. Da hatte man dann nichts wirklich entgegenzubieten, ganz klar. Der Z3 kam dann etwas später, der war dann der echte Konkurrent hier für den Mazda MX-5. Nun steht der aber hier in der vierten Generation seit 2015 schon auf dem deutschen Markt. Und nun ist es doch auch mal an der Zeit, sich diesen Wagen einmal genauer anzuschauen. Was macht den Roadster eigentlich so wirklich aus? Und das ist in meinen Augen ganz klar eine Sitzposition, sehr weit nach hinten verlagert, zur angetriebenen Achse, die auch hinten ist. Wir haben vorne einen Saugmotor, hier haben wir kein Hybrid oder ähnliches. Nein, der Mazda setzt das Ganze durch Leichtbau um, nämlich er wiegt knapp über 1100 Kilo. Und das sollte einfach für genügend Fahrspaß sorgen und das wollen wir doch heute mal gemeinsam herausfinden. Ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt dran bleibt, wenn ihr dem Kanal ein Abo schenkt, falls nicht schon getan, vor allem dem Ganzen auch ein Like gebt und mir eure Meinung unten in die Kommentarbox hinterlasst, damit wir am Anschluss an dieses Video auch ein wenig diskutieren können. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit mir, dem Ubi und dem Mazda MX-5. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit mir. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit mir. Ein echtes Highlight beim Mazda MX-5 in meinen Augen ist ganz klar das Design. Wenn man sich den Wagen anschaut, der wirkt ein bisschen verspielt und auch sehr dynamisch durch diese scharfkantigen Linien des sogenannten Kodo-Designs, was Mazda so verkörpert. Wir haben hier immer schöne glatte Flächen mitgepaart mit so richtig, ja, bisschen überzeichneten Linien oder fast schon scharfkantigen Linien, wie ich finde. Und diese kleinen hier verbauten Matrix-LED-Lichter, die sehen nicht nur richtig cool aus, sondern bieten auch eine echt gute Lichtausbeute in der Nacht. Hier unten haben wir so noch eine kleine Speuerlippe. Der Wagen kauert sehr schön auf dem Asphalt. Auch mit dieser nach vorne und nach unten gezogenen Frontpartie schaut der Mazda MX-5 echt richtig dynamisch drein. Kompakte Abmessungen sind für den Mazda MX-5 auch ein absolutes Erkennungsmerkmal. Der Wagen ist 3,92 Meter in der vierten Generation lang, 1,73 Meter breit und damit genau perfekt, um einfach auch wirklich enge Serpentinenstraßen oder enge Gassen in Italien, Süditalien zum Beispiel durchfahren zu können ohne Probleme. Und was man auch sieht, sonderlich hoch ist der Kandidat hier nicht, 1,23 Meter sind es in der Tat nur. Bedeutet, dass wir auch etwas tiefer sitzen, aber das werden wir dann gleich sehen. Unser Fahrzeug ist ein sogenannter Mazda MX-5 Kenembi und das ist die höchste Ausstattungslinie, die man hier bekommt. Der kommt stets hier mit schönen 17 Zoll Leichtmetallrädern daher. Ich finde, das steht ihm auch ganz gut, genauso wie diese Platinum-Quarz-Metallik-Lackierung, die so ein bisschen, sage ich jetzt mal, Silber mit so einem leichten Goldstich ist. Und das macht sich auch sehr schön hier mit den braunen Ledersitzen und einem blauen Stoffverdeck. Mit dem Stoffverdeck sieht das Fahrzeug dann immer noch sehr dynamisch aus. Die spannt sich auch sehr schön hier über die Karosserie des Verdeck, was sich auch sehr, sehr einfach manuell öffnen und schließen lässt mit auch nur einem Handgriff. Also wirklich super easy, ohne Elektromotor, komplett manuell, so wie es denn sein muss, um einfach auch Gewicht zu sparen. Eine echte Schokoladenseite ist in meinen Augen auch dieser schöne voluminöse Hintern hier. Ja, kann man richtig schön hier, ne? Hat man was zum Anfassen. Spaß beiseite, aber schöne LED-Rückleuchten haben wir. Bisschen schade, leider Glühbirnen als Blinker-Leuchtmittel, finde ich sehr schade. Haben wir noch den schönen MX-5-Schriftzug und Skyactiv-G steht hier noch. Das Ganze wirkt auch insgesamt, finde ich, sehr clean. Unterbrochen wird das Ganze allerdings hier durch das kleine Kameraauge für die Rückfahrkamera. Ja, echt cool, natürlich und echt, das sind die Edelstahl-Auspuff-Endrohre, die hier unten sind. Das hat einfach noch was, schaut geil aus, macht was her und da kommt auch ein ordentlicher Sound noch raus. Bisschen schade, finde ich persönlich und das hätte man auch besser lösen können, meiner Meinung nach, in der Neuzeit. Das ist diese Langschwanzantenne, zum Auspeitschen von irgendwem ist sie garantiert gut, wenn man drauf steht, aber in meinen Augen abmontieren, Kurzstabantenne drauf und gut ist es. Und wenn man dann fertig ist und dann seine Sachen hier auch in den MX-5 verstauen möchte, dann geht das Ganze natürlich hier in den Kofferraum. Nur wie öffnet man den? Entweder per Schlüssel oder aber hier per verstecktem Drucktaster. Dann kann man den leichten Kofferraumdeckel hier öffnen, dann haben wir hier eine Luke, die 130 Liter Stauraumvolumen bietet. Da passt eine große Reisetasche rein und noch ein bisschen Kleinkramszeugs, also genügend, um für zwei Personen ordentlich zu verreisen. Ja, verreisen ist auch so ein Thema oder überhaupt zuladen. 260 Kilo ist übrigens die Zuladung für das Fahrzeug. Und wenn man jetzt mal überlegt, was so ein Fahrer wiegt, wie meine Wenigkeit, knapp über 90 Kilo, plus dann nochmal 90 Kilo, dann sind wir schon bei 180, aber dann ist immer noch genügend Gepäcklast hier vorhanden. Also, gar kein Thema, die 260 Kilo Zuladung reichen völlig aus und jetzt gehen wir einfach mal hier in den Innenraum. Wie eingangs erwähnt, kauert der Wagen sehr tief, ist auch nicht sonderlich hoch, bedeutet, dass der Einstieg hier über die Türen auch sehr tief ist. Also, man muss da schon wirklich ein bisschen Gelenkigkeit mitbringen, um sich dann hier hinein zu falten in die schön ausgeformten Sportsitze. Hier in unserem Fall mit Bose Soundsystem und Lautsprechern hier in der Kopfstütze integriert. Das Lenkrad ist in Höhe und Tiefe verstellbar, echt sehr gut. Und da findet man dann auch schnell eine sehr angenehme, gute Position. Und ja, auch die Aussicht hier ist für meine Größe mit 1,78 gerade so ausreichend, auch mit diesem Scheibenrahmen hier. Was natürlich ein absolutes Highlight ist, ist dieses, wie schon erwähnte, manuelle Verdeck. Man zieht hier einfach schon schnell das nach oben rüber greifen und verriegeln zu. Und das Ganze ist erledigt. Also, man sieht, in wenigen Sekunden ist das Ganze erledigt. Und man kann das dann natürlich auch während der Fahrt quasi öffnen, rüber greifen, verriegeln. Und schon kann dann im Prinzip auch schon der Spaß losgehen. Jetzt schauen wir aber hier nochmal genauer in den Innenraum hinein. Es fällt sofort auf, wie minimalistisch und reduziert hier im Innenraum des MX-5 alles wirkt. Wir haben einen sehr filigranen Lenkkranz hier vom Drei-Speichen-Lenkrad. Auch hier nur die notwendigsten Tasten. Tempomat auf der rechten Seite. Links haben wir die Einstellung für Lautstärke und Bordcomputer, sowie die Telefonannahme und Ablehnung. Dann haben wir drei Rundtuben hier. Die linke ist digital ausgeführt. Da haben wir den Bordcomputer drinnen, die Kühlwasseranzeige und den Tankfüllstand, sowie Tempomat und Geschwindigkeitsanzeige von Verkehrszeichen. In der Mitte dann der Drehzahlmesser. Auf der rechten Seite haben wir dann noch den Geschwindigkeitsmesser. Und der ebenfalls hier mit einer hängenden Tachonadel oder einer hängenden Nadel versehen. Das Ganze wirkt sehr, sehr sportlich. Auch diese schönen rundlichen Luftaustritte, die wir hier haben. Zusätzlich hier ein klassisches Klimabedienteil mit einer Klimaautomatik wohlgemerkt. Ein Zone, reicht ja auch völlig. Dann haben wir hier auch noch so ein schönes Stitching in dieser Kinenbi genannten Ausstattungslinie. Hier orangene Ziernähte, beziehungsweise Terracotta würde ich mal sagen, wie es die Sitze auch sind. Ein kleines Display haben wir hier in der Mittelkonsole. Das finde ich so ein bisschen deplatziert, sage ich jetzt mal. Es kann im Stand mit Touch bedient werden. Ansonsten während der Fahrt geht das Ganze nur über den Dreh-Drücksteller, den wir hier haben. So ein bisschen Anlehnung an das iDrive-System, was man von BMW kennt. Das funktioniert dann auch sehr, sehr gut und sehr zuverlässig. Wobei ich sagen muss, Mazda hat hier zwar eine gute Version gewählt, aber die beste Version für so ein Antriebs- oder für so ein reduziertes Bedienkonzept hat in meinen Augen Audi gefunden mit dem Virtual Cockpit. Das in meinen Augen sollte man sich mal genauer anschauen. Noch eine klassische Handbremse, die auch griffgünstig ist für das ein oder andere Fahrmanöver auf abgesperrten Strecke natürlich und auch hier so die Platzverhältnisse. Man fühlt sich hier schön in das Fahrzeug integriert, auch mit diesen lackierten Kunststoffteilen hier. Die Verarbeitung sehr gut, auch wenn die Materialien hier das ein oder andere ein bisschen grobschlichtiger wirken, aber all das passt wirklich hier richtig gut und ich fühle mich hier sehr wohl und auch toll aufgeräumt. Wir haben noch ein kleines Ablagefach für die Sonnenbrille hier. Zwei USB-Anschlüsse, Apple CarPlay und Android Auto sind hier natürlich ebenso vorhanden. Es gibt dann noch hier ein kleines abschließbares Handschuh-Fächlein, sage ich jetzt mal, und zwei einsteckbare Cup-Holder. Damit muss man sich dann auch begnügen. Das heißt, die Ablageflächen sind hier sehr, sehr begrenzt im Mazda MX-5. Aber das ist ja relativ unwichtig, denn wichtiger ist natürlich, wie er sich auf der Straße fährt und wie wir sagen, wir schmeißen jetzt den Vierzylinder unter der Haube an und dann geht's los zur Testfahrt. Zu jeder Zeit muss man natürlich mit einem Roadster offen fahren, wenn es geht und vor allem jetzt auch, wenn die Sonne lacht. Aber dann versteht ihr mich wahrscheinlich eher recht schlecht. Also machen wir es so, wie ich es gesagt habe. Einen Griff hier und man holt das Verdeck hier einfach so vor. Dann mit einem Griff verriegelt man das Ganze, die Fensterheber zu und dann erscht hier auch etwas mehr Ruhe hier im Innenraum. Etwas mehr Ruhe ist gut, denn das Fahrzeug ist insgesamt hellhörig. Man hört viel von außen, Windgeräusche, Abrollgeräusche. Einfach richtig puristisch und echt, was für so einen Roadster richtig gut passt. Richtig gut passend tut auch hier. Sechsgang-Handschaltgetriebe, knackig durchgeschaltet, kurze Schaltwege, Schaltspaß pur. Zusammen mit einem willig drehenden 2-Liter-Vierzylinder-Saugmotor, den wir hier haben. 135 kW bzw. 184 PS leist das Skyactiv-G genannte Triebwerk. 205 Newtonmeter maximales Drehmoment stellt er zur Verfügung. Die Zwischensprints sind absolut easy machbar. 0 auf 100, 6,5 Sekunden, Topspeed 219 Stundenkilometer, wenn man das denn möchte. Viel mehr Spaß macht das Auto hier einfach auf einer kurvigen Landstraße. Der Motor dreht bis 7000 und das auch echt energisch und willig. Der kommt dann oben rum, ab 5,5 kommt dann nochmal richtiger Wind hier rein. Und dann geht das richtig schön vorwärts. Das Sechsgang-Handschaltgetriebe ist kurz gestuft, also übersetzt. Dann haben wir auch echt einen immer passenden Anschluss, wenn wir hier den Motor einfach mal durch das Drehzahlband jagen. Fahrwerk ist auch so ein Thema, wenn ihr ihn über eine kurvige Landstraße jagt, dann liegt der Wagen unheimlich gut. Ist aber auch sehr leichtfüßig und hat auch so ein bisschen eigenwilliges Lastwechselverhalten. Dreht sich sehr gerne mit dem Heck ein. Wer zu schnell ist, schafft es den Wagen auch gerne ins Übersteuern dann auch ein bisschen zu bringen. Die Lenkung dabei vermittelt viel Kontakt von der Straße, ist mir aber ein Tick zu leichtgängig persönlich. Und auch die Lenkwinkel könnten etwas kleiner sein. Das wäre noch so die minimale Verbesserung, die ich hätte. Das Fahrwerk ist angenehm straff, bietet noch den nötigen Restkomfort, den man für den Alltag brauchen könnte. Und wer halt echt Spaß haben will, schaltet die Traktions- oder das ESP aus und kann dann auch wunderschöne Drifts mit dem Wagen fahren, wenn dies denn auf abgesperrter Strecke möglich ist. Bei Nässe muss man ein bisschen aufpassen, denn da ist dann der Traktionsverlust an den Hinterrädern durchaus schneller erreicht. Oder auch selbst mit dem Sommerreifen auf trockener Fahrbahn, wenn der Fahrbahnbelag etwas glatter ist, dann neigt der Wagen schnell zum Übersteuern. Und das muss man halt dann mögen. Aber für alle Anfänger oder nicht so sicheren Fahrer, das ESP greift hier auf alle Fälle super sorgfältig und zuverlässig ein. Also so, dass ihr das Ganze auch angenehm genießen könnt. Genauso angenehm kann man auch dann den Sound genießen, der ist schön kernig und passt hier auch zum puristischen Roadster. Und was das Ganze kostet, schauen wir uns jetzt im Fazit an. So, das Verdeck kann wieder auf, die Fenster können runtergelassen werden, so wie es sich gehört für einen Roadster. Oder puristisch, offen fahren, richtig Fahrspaß erleben und sozusagen das Ganze um sich herum genießen, die Welt genießen, das Leben genießen. All das ist schon mit so einem Mazda MX-5 Roadster arg verbunden. Mir macht da unheimlich viel Spaß. Ich liebe dieses kleine Auto hier, so ein Roadster. Ich würde ihn sehr gerne bei mir in die Garage stellen, habe halt nur das Problem, habe zwei kleine Kinder und eine Frau. Also wer die Möglichkeit hat, wo die Kinder aus dem Haus sind, der kann sich so ein Auto holen. Oder wer halt gerade noch ein junges Pärchen ist, der kann ebenfalls mit einem Roadster glücklich werden, die Welt bereisen und auch einfach im Alltag viel Spaß haben. Das Ganze kostet knapp über 31.000 Euro in der Basis, dann mit einem 132 PS starken Vierzylinder. Unser voll ausgestatteter Kinenbi hier kostet 36.520 Euro. Das ist ein fairer Preis, wie ich finde. Es ist viel an Ausstattung drinnen. Wir haben adaptive LED-Scheinwerfer drin, die Ledersitze, Bose-Soundanlage, 17 Zoll Leichtmutterräder, Rückfahrkamera, Metallic-Lackierung. All das ist hier schon mit dabei, genauso wie Navigationssystem. Also alle möglichen Annehmlichkeiten und das Ganze bekommt man auch für echt einfach einen fairen Tarif, wie ich finde. Und fair ist auch der Verbrauch, denn der Wagen belastet das Portemonnaie nicht auch noch durch die Spritkosten sehr hoch. Denn ich habe ihn im Alltag problemlos mit knapp über 6 Litern gefahren. Der angegebene WLTP liegt bei 6,9 Liter. Meiner Meinung nach, die 7 Liter Marke knackt man nur, wenn man wirklich auf der Autobahn sehr flott unterwegs ist. Wer den Wagen so im Alltag fährt, der kann knapp über 6 Liter verbrauchen, so wie ich. Oder sogar, wer sparsam fährt, ein bisschen weniger. Und das finde ich ist ein insgesamt sehr guter Tarif für ein tolles Auto. Schreibt mir aber jetzt mal eure Meinung unten in die Kommentarbox. Lasst uns gerne diskutieren. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, dafür ist jetzt genügend Zeit. Gebt dem Ganzen noch ein Like. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen, spaßigen Tag. Und ich werde jetzt auf alle Fälle noch viel Spaß haben, denn ich darf die letzten Stunden noch mit dem MX-5 genießen. Und wünsche euch noch alles Gute. Tschüss und Servus. Euer Uwi.